Es ist nicht weniger als eines der wichtigsten Events der Medienbranche im Jahr 2023, die IBC in Amsterdam. Und die besuche ich für euch und wir gehen auf die Suche nach den spannendsten Innovationen in der KI, in der Videobearbeitung und in der Videoproduktion. Ich finde für euch heraus, dass die spannendsten neuesten Trends sind und es ist nicht nur eine Premiere, es sind sogar gleich zwei. Denn ich bin zum ersten Mal bei der IBC dabei und heute geht's auch zum ersten Mal mit dem Nachtzug auf eine Reise. Los geht's hier in Wien am Hauptbahnhof und in 14 Stunden, da sehen wir uns in Amsterdam. Entspannt und ausgeschlafen geht's nun los, denn ich bin angekommen in Amsterdam. Nach 14 Stunden im Nachtzug mein erstes Resümee, Frühstück war gut, eine Dusche gab's sogar auch im Zug und geschlafen habe ich auch ganz gut. Deswegen kann ich empfehlen, coole Alternative zum Flugzeug. Und jetzt geht's noch einmal weiter zum RAI, zum Rai Amsterdam, wo die IBC alljährlich stattfindet. Dahin nehme ich euch mit. Ich habe noch einen kleinen Tipp für alle Vlogger unter euch mitgebracht. Viele nutzen zwar das Mikrofon direkt auf der Kamera drauf, mache ich auch manchmal, allerdings wird's dann schwierig, wenn man weiter weg ist von der Kamera, dann wird das schon ganz schnell schlecht. Und damit man auch weit weg von der Kamera sprechen kann, empfehle ich eine Funkstrecke. Da verwende ich diese Funkstrecke hier von Sennheiser. Und die verbinde ich mit dem Empfänger. Und der Empfänger wiederum, der hat ein Kabel, das für Smartphones optimiert ist. Und das geht dann einfach mit Klinke zu USB-C in mein Smartphone und das Google Pixel in dem Fall, was ich verwende. Das erkennt dann direkt, dass ein externes Mikrofon angeschlossen ist. Und ich habe einen super Ton, auch auf Distanz. Sobald man hier ankommt, spürt man die Energie der Masse. Viele Leute strömen in die Messehallen, alle kreativ, alle auf der Suche nach neuen Ideen und Impulsen. Und das finde ich sehr motivierend. Die ersten Stunden auf der IBC sind vorüber und sie waren super spannend. Ich bin echt begeistert von der Vielfalt der Aussteller und besonders habe ich gesehen, dass künstliche Intelligenz bei mittlerweile fast jedem Aussteller in irgendeiner Form eine Rolle spielt. Besonders im Kopf behalten habe ich da Lösungen, die es unter anderem ermöglichen, tatsächlich in Videos zu suchen. Das bedeutet, Videos nicht nur auf Basis ihres Titels oder ihrer Beschreibung zu verstehen, sondern tatsächlich auch den Inhalt dieser Videos zu erfassen. Und daraus dann beispielsweise Fragen ableiten zu können, die man dem Video stellt. Das heißt, Videos werden mehr und mehr zu analysierbaren Informationsquellen. Finde ich super spannend. Aber auch automatisierte Kamerafahrten mit krassen Kameraarmen oder Funktionen, die ein Storage und ein Arbeiten komplett in der Cloud, zum Beispiel sehr schwachen PCs ermöglichen, auf die sind hier vertreten. Die Vielfalt hier ist groß und ich schaue mal, was ich noch so entdecken kann. Gleich geht's los mit der Speech von Jordan Ohm hier in der IBC Showcase Stage. Ich bin gespannt, wie er die KI-Funktionen von Filmora vorführen wird und wie KI schon jetzt seinen Arbeitsablauf verändert hat und welche Editing-Tipps er uns mitgeben wird. Die IBC 2023, die hat mich wirklich begeistert. Sie hat gezeigt, dass sowohl die großen Player als auch die kleinen Unternehmen am Puls der Zeit sind und Veränderungen aktiv voranbringen. Ja, Filmora ist hier auch ganz vorne mit dabei. Es geht darum, dass neue Funktionen schnell etabliert werden, dass sie schnell ausprobiert werden können. Und all das, das ist der Fall und das macht mich super stolz. Lasst uns gemeinsam schauen, wie wir diese Learnings nun in unsere Arbeitsabläufe integrieren. Und ich freue mich schon auf die Highlights der IBC im nächsten Jahr. Bis dann! Ich freue mich schon auf die Highlights-Tipps.